Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem treuesten Podcast der Podcast-Landschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 106, zwei Jahre. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf der ganzen Welt. Es ist tatsächlich soweit, wir haben es schon angekündigt in der letzten Folge. Heute oder beziehungsweise vor ein paar Tagen war unser zweijähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch dazu, Friedrich aus der Ferne. Herzlichen Glückwunsch auch zurück. Seit zwei Jahren sind wir quasi jede Woche auf Sendung. Und es erfüllt mich mit Stolz, dass wir das geschafft haben, trotz verschiedener Auslandsaufenthalte von uns beiden irgendwie zusammenzufinden. Und das ist echt cool, weil das war ja auch der Ausgangspunkt für dieses Projekt, zu sagen, wir wollen einfach zusammen als Brüder uns quasi häufiger treffen, sehen. Sehen ist jetzt ein bisschen schwieriger, geht jetzt nur noch per Webcam. Richtig. Aber genau, uns halt einfach austauschen wöchentlich. Und das hat tatsächlich jetzt zwei Jahre lang geklappt und das ist cool. Es ist schon eine Meisterleistung, also finde ich so, jede Woche so immer wieder was rauszuhauen. Und ich meine, wir sind ja kein großes Unternehmen, wir sind ein Zwei-Mann-Verein, die jede Woche das halt irgendwie alles mit Instagram und auf YouTube und Folgen fertig machen und alles mögliche raushauen. Und dass das bisher funktioniert hat, mal mehr oder weniger gut. Es gab mal so, gerade am Anfang, manchmal so Probleme, dass es dann später rauskam, als es eigentlich sollte. Also einmal, glaube ich, hatten wir das, dass es halt irgendwie eine Stunde später rauskam. Aber ansonsten bisher immer pünktlich und das ist, ich finde das, ich finde das echt beeindruckend irgendwie. Und die Zeit verging irgendwie recht schnell, oder? Ja, es ist auch einiges passiert. Ja, das stimmt. Wer wissen will, was alles passiert ist und es noch nicht gehört hat, muss natürlich die alten Folgen hören. Was so ein bisschen schade ist, glaube ich, aber das haben wir schon mal beide irgendwann am Rande des Podcastes besprochen, ist, dass durch die zwei Jahre jetzt so eine große Folgenanzahl da ist. Also wir haben jetzt schon Episode 106 und ich glaube, wer jetzt tatsächlich neu den Podcast hören wollte, denkt halt so, oh nee, 106 Episoden jeweils mindestens eine halbe Stunde von vorne nach hinten hören, das ziehe ich mir nicht rein. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, was halt abschreckend sein könnte für jemanden, der neu dazustößt. Aber falls jetzt jemand Neues dabei ist, ich kann denjenigen beruhigen, es geht tatsächlich nicht von vorne nach hinten. Und wir erzählen unsere Lebensgeschichte und beginnen Episode 1 und enden Episode 300, sondern ja, es ist immer ein aktueller Schnack und es kann tatsächlich auch durcheinander gehört werden. Es muss nicht in der Reihenfolge gehört werden. Richtig. Aber es ist natürlich auch die Chance für uns nochmal Danke zu sagen. Ich glaube, wir hatten das neulich schon mal irgendwie zum Jahreswechsel oder so. Aber vielen Dank, dass da trotzdem irgendwie Leute da sind, die sich unser Gequatsche anhören. Und das auch regelmäßig. Also das ist echt cool. An der Stelle. Genau. Ja. Haben wir ja unser Getränk am Start. So wie wir mit den Folgen begonnen haben, ich glaube in der ersten Episode oder so, haben wir mit Getränk gestartet oder der zweiten spätestens. Und da würde ich einfach mal anstoßen hier zum Wohle. Zum Wohle. Wir sind leider jetzt wirklich nur über Webcam miteinander verbunden. Ja. Aber ich denke mal, dass wir vielleicht, vielleicht haben wir Glück, Richtung März oder April das erste Mal wieder irgendwie zusammen aufzunehmen. Können wir mal gucken. Vielleicht können wir ja, wenn es die Zahlen zulassen, auch mal draußen nochmal aufnehmen. Mhm. Das Wetter wird ja dann auch wieder hoffentlich besser. Das stimmt. Ja. Genau. Das ist also eine besondere Folge. Jeder kann sich gerne ein Glas nehmen und dazu was trinken. Oder eine Flasche, genau. Genau. Ja, was steht heute an? Es gibt einiges zu besprechen. Wir haben eine neue Rubrik. Richtig. Die wir nachher noch einführen werden. Ja. Aber zuallererst, lass uns doch über ein Thema sprechen, was leider wieder mit Corona zu tun hat. Ja. Aber tatsächlich ist es was, was uns halt auch persönlich betrifft. Und zwar gab es einen Artikel in der Zeit. Leider versteckt hinter der Paywall. Also man muss dafür bezahlen, um das quasi lesen zu können online. Aber ich fand ihn gar nicht so schlecht, weil er hat den, er hat die Überschrift, ich ließ es darauf ankommen. Und es geht darum, dass sich Personen dazu äußern, dass sie sich trotz Corona-Verdachts oder beziehungsweise trotz, dass sie sich halt unwohl fühlten, mit ihrer Familie getroffen haben. Oder halt auch mit Freunden. Und dann tatsächlich hinterher halt rauskamen, dass sie Corona hatten. Oder währenddessen sogar. Genau. Und wie sie quasi damit umgehen, welche Schuldgefühle sie da mitbringen, das beschreibt halt dieser Artikel. Genau. Richtig. Da werden mehrere Protagonisten genannt. Die Namen sind da geändert. Wir haben euch auch mal den Artikel, wer vielleicht dieses Zeit-Online abonniert hat. Also der da ein Abo hat, kann sich das auf jeden Fall durchlesen, wenn er möchte. Zum Beispiel gibt es eine Person, die gerade zu den Weihnachtsfeiertagen zu ihrer Familie gefahren ist. Also sie hatte die Information bekommen, durch ihre Ausbildung als Physiotherapeutin hatte sie wohl Kontakt zu einer im Nachhinein positiv getesteten Patientin. Und wurde dann auch getestet, direkt zeitnah. Und es hieß dann irgendwie, wenn bis zu einer gewissen Uhrzeit kein Telefonanruf kommt, dann ist dieser Test negativ. Es kam kein Anruf zu dieser Uhrzeit. Deswegen ist sie dann zu ihren Eltern gefahren, um dort die Weihnachtsfeiertage zu verbringen. Und da kam irgendwie auch noch ein bisschen mehr Familie zusammen. Und jeder hatte da so seine eigene Meinung zu dem Treffen zu Weihnachten. Einige waren sehr vorsichtig. Andere haben gesagt, dass sie damit kein Problem haben und so. Man muss dazu sagen, sie hat das nicht erzählt. Also sie hat nicht erzählt, dass sie Arbeitskollegen oder Patienten, wie auch immer, hatte, der positiv war. Und sie hat auch nicht erzählt, dass sie einen Corona-Test gemacht hat und so. Genau. Es ging allgemein, hatten die diese Diskussion, die vermutlich viele hatten und die wir halt auch hatten. Also, wie trifft man sich zu Weihnachten, trifft man sich oder nicht. Ja. Und genau, sie hat das halt quasi, ja, verheimlicht. Genau, richtig. Und hatte dann aber auch so ein gewisses Unwohlsein, so in den Tagen vor Weihnachten. Und, ja, war sich dann so ein bisschen unsicher. Aber sie hatte ja im Hinterkopf, es kam kein Anruf. Demnach muss es ja negativ sein. Ja, wie sich dann im Verlauf herausstellte, also am Ende war es halt Corona. Sie hatte das dann ihrem Vater und ihrer Mutter gesagt, weil die zu denen sehr eng Kontakt hatte und hat mit denen darüber gesprochen, ob die jetzt die anderen Familienmitglieder darin einweihen, dass sie vermutlich Corona hat bzw. Kontakt zu einer positiv Getesteten hatte und demnach vermutlich aufgrund ihrer Symptome Corona hat. Sie hatte noch keinen weiteren Test gemacht, so wie ich das verstanden habe. Ja, und dann war halt die Diskussion, verheimlicht man jetzt das, um halt, ja, keine Panik irgendwie hervorzurufen bei den Leuten, denen man das erzählt, dass die jetzt vielleicht Corona hätten oder so. Oder erzählt man denen das? So, und die, ja, die Entscheidung war, dass man denen das jetzt erst mal nicht erzählt, was sehr interessant ist, irgendwie. Ja, es ging darum quasi, dass nicht den Eltern oder, nee, mit den Eltern hatte sie ja gesprochen, aber mit den weiteren Familienmitgliedern, Onkel, Oma, Opa, wie auch immer, das nicht zu erzählen, weil sie ja gar nicht genau wusste, ob, ob die sich wirklich angesteckt haben. Richtig, genau. Und deswegen war ihr, ihr Argument zu sagen, okay, ich will die Leute nicht verrückt machen, beziehungsweise hat sie das auch mit ihrem Vater irgendwie besprochen. Wir wollen halt lieber die Leute nicht verrückt machen, wir warten erst mal, ob sich jemand in den nächsten Tagen irgendwie unwohl findet und, äh, fühlt. Und, äh, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich sehe das halt irgendwie als total verantwortungslos. Ja, das ist ja fahrlässig. Der, der erste Punkt ist zu sagen, okay, ich warte, bis ein Ergebnis da ist um eine gewisse Uhrzeit, sollte die Antwort da sind. Und wenn, wenn die Antwort nicht da ist, ist das halt negativ. Davon bin ich auch irgendwann, ich glaube, es war Mitte letzten Jahres oder so, ist immer ausgegangen, weil ich immer gehört hatte, bis spätestens, äh, abends am gleichen Tag sagt dir das Gesundheitsamt, wenn du getestet wurdest, teilt dir mit, okay, du bist positiv. Ja. Damit die halt diese Ketten unterbrechen können. Ähm, ähm, aber, ähm, gleichzeitig halt davon dann aus, also es ist halt eine Sache zu sagen, ich gehe davon aus, okay, sie haben sich nicht gemeldet, dann bin ich negativ. Kann ich ein bisschen nachvollziehen an der kleinen Stelle. Ähm, aber wenn ich mich dann schlecht fühle und ich habe ja, ich habe ja das Wissen, äh, dass, äh, mein Arbeits, äh, Quatsch, Quatsch, mein Patient positiv ist, äh, dann, dann müssen doch bei mir auch als jemand, der im Gesundheitssystem arbeitet, eigentlich die Alarmglocken angehen und sagen, äh, stopp. Also, ich habe jetzt schon meine Mutter getroffen oder meinetwegen noch ein, zwei andere Leute. Ich muss jetzt sofort hier mich erstmal isolieren, bis ich mehr weiß. Mhm. Okay. Und das hat sie nicht gemacht, sondern sich mit allen getroffen. Und dann wusste sie, dass, äh, ihre Mutter positiv ist und sich schon angesteckt hat. Und dann zu sagen, wir verheimlichen das, finde ich halt komplett schlimm. Also, es tut mir an der Stelle wirklich leid, das so zu sagen, aber ich finde es einfach nicht richtig, weil es ja dann nicht mehr um sie geht, sondern es geht ja auch, und, und nicht nur um ihre Familie, sondern es geht ja auch noch um die, die aus der Familie dann in der Zwischenzeit noch andere Leute vielleicht treffen oder auf Arbeit gehen. Geben. Und die das halt nicht wissen. Und das finde ich halt sehr, sehr verwerflich tatsächlich. Ähm, ich kann nicht nachvollziehen, zu sagen, falsche Panik mache. Mhm. Also, das, finde ich, ist ein sehr schwaches Argument an der Stelle. Mhm. Und dafür, ja, finde ich, ist es auf jeden Fall, also ist ihr Verhalten kritikwürdig? Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall. Es ist natürlich jetzt einfacher von uns als Außenstehende da so eine direkte Meinung zu bilden, aber dafür ist der Artikel ja auch irgendwo da. Ähm, ja, es ist, es ist, ich finde es auch sehr schwierig, weil es halt genau, wie du gesagt hast, die Leute, die es eventuell betrifft, klar müssen, müssen die sich nicht direkt angesteckt haben oder sowas. Ähm, aber dadurch, es geht ja eben darum, so schnell wie möglich die Kontakte beziehungsweise diese Ketten zu unterbrechen. Und wenn man das weiterlaufen lässt und darauf ankommen lässt, es ging dann im weiteren Verlauf auch darum, ja, wenn sich jetzt keiner dann so meldet nach, nach Silvester und so, ähm, dass es jemandem schlecht geht oder sowas, dann brauchen wir das auch nicht erzählen, dass sie Corona hatte oder sowas. Ja, ja. Und es hat sich dann letztendlich auch keiner gemeldet. Also demnach hat sich vermutlich keiner weiter angesteckt, was natürlich gut ist. Ähm, aber was wäre alles losgegangen, wenn sie sich, wenn sie sich da jemand gemeldet hätte? Dann hätten die möglicherweise noch viel, viel mehr Leute mit infiziert, dadurch, dass sie ja arbeiten gehen, durch Silvester vielleicht weitere Leute getroffen haben und all solche Sachen. Das ist ja genau das, worum es hier geht, wenn man eine Ahnung hat und gerade wenn man ja Kontakt zu einer positiv Getesteten hat, auch wenn diese Test, also ich finde, wie du es auch schon gesagt hast, ist nochmal ein Unterschied, ob die anrufen und sagen, du bist negativ oder ob sie so eine Zeit ausmachen, wenn wir uns da nicht melden, dann ist es negativ. Das finde ich ist nochmal ein drastischer Unterschied, weil dieses bis so und so vier Uhr nicht melden ist so unsicher, gerade weil wir ja wissen, was abging und nach wie vor abgeht in den Laboren. 24 Stunden arbeiten die sieben Tage die Woche, um diese Tests da irgendwie durchzuballern von jedem und da ist schon mal eine Stunde vor Zug beim nächsten oder man kriegt es vielleicht erst am nächsten Tag, das Ergebnis. Gerade um die Feiertage bei Weihnachten, wo du halt, wo wir ja auch wissen, mit Wochenenden sind ja auch unsere Gesundheitsämter, anscheinend machen ja alle Wochenende am Wochenende und die Zahlen kommen nicht zustande, werden nicht richtig gemeldet. Also ja, es ist halt ein schwieriges Ding, aber so wie der Text formuliert war, hat sie sich auf jeden Fall schuldig gefühlt oder schlecht gefühlt, sage ich jetzt mal. Und das ist zumindest eine richtige Richtung, finde ich, in Richtung Einsicht. Ja. Aber trotzdem finde ich das tatsächlich, also ich finde das halt an der Gesellschaft halt eigentlich, also insgesamt das total gesellschaftsfeindlich, dieses Verhalten. Ja, ich kann auch, also sie hat zudem immer wieder ihre Ängste genannt, eben nicht nur, dass man jetzt Panik schürt, sondern dass man Leuten, die quasi innerhalb dieser Familie gesagt haben, wir sollten vorsichtig sein, jetzt mit Treffen über Weihnachten und sowas, wenn man denen jetzt sagt, yo, ich habe Corona, dass man die nicht darin bestärkt zu sagen, wir haben es euch doch gesagt, dass das nicht gut ist, sich zu treffen oder so. Ja. Und das ist wieder so ein Punkt, man kann das irgendwo nachvollziehen, klar, aber trotzdem, hier geht halt ganz klar Sicherheit, Gesundheit vor, dadurch, dass dieses Virus halt so tückisch ist und man eben nicht so wirklich vorhersehen kann, natürlich gibt es eine Wahrscheinlichkeit, ältere Menschen sind vielleicht mehr gefährdet als Jüngere, aber das ist nicht so pauschal am Ende vielleicht sagbar. Es gibt immer wieder Fälle auch von jüngeren Leuten, die einen schweren Verlauf haben, die gesund sind und dadurch, dass wir noch nicht wissen, was auf lange Sicht passiert mit Geruchssinns, Verlust und sowas, wie lange bleibt das, Lungeinschränkungen und solche Sachen, das ist halt sehr schwierig vorherzusagen, deswegen ist es halt wichtig, das zu unterbrechen und nicht darauf ankommen zu lassen. Ja. Und es gab dann natürlich noch weitere Erfahrungsberichte in diesem Artikel, alle wollen wir jetzt natürlich jetzt nicht hier ausbreiten. Einer hat aber genauso ein ähnliches Thema gehabt und zwar ist eine Freundin zurück in ihre Wohnung gekommen, wo eine andere Freundin von ihr gewohnt hat, die sich die ganze Zeit an die Regeln gehalten hat und die hatte so dasselbe Gefühl oder dieselben Ängste wie die erste Person, über die wir berichtet haben, dass es halt darum geht, okay, wenn ich jetzt der Freundin das verderbe mit, in Anführungsstrichen, mit meinem Corona, dass sie sich die ganze Zeit so vorsichtig verhalten hat, dann kommt ja nur diese Reaktion, ah, habe ich es doch die ganze Zeit gesagt, ne? Ja. Aber hier ist es halt genauso eingetreten, wie ich mir halt vorstelle, dass es halt auch eintreten kann. Wenn man so einen Fehler macht und dann offen darüber spricht, kann man auch von der Gegenseite, also braucht man nicht immer Angst vor der Gegenseite haben, sondern man kann halt auch auf Verständnis hoffen. Ja. Und in dem Fall haben die sich beide zusammengerafft und haben das Corona-Problem, beide hatten dann Corona, tatsächlich gut miteinander gelöst und es ist nicht in irgendeinem Streit eskaliert oder von wegen, ich habe recht, du bist doof und ich wusste das immer und so. Und ich glaube, darauf kann man einfach auch noch vertrauen in unserer Gesellschaft und es ist viel, viel besser, dann da im schlimmsten Fall einen kleinen Rückschlag zu erhalten, als das zu riskieren, dass es halt weiter eskaliert. Ja, am Ende. Aber wir können das ja mal, das Ganze eigentlich mal auf unsere Perspektive ziehen, weil wir hatten ja einen kleinen ähnlichen Fall, also nee, wir hatten keinen ähnlichen Fall, das stimmt nicht, ist falsch formuliert, aber ich meine, wir haben natürlich wie viele Familien auch immer die Diskussion, wie geht man jetzt um mit Besuchen? Ja. Wie besucht man sich? Und wir hatten einen Fall, dass es quasi um ein Geburtstagstreffen geht und dass man sich quasi draußen trifft. Richtig. Und ich hatte den Vorteil in Anführungsstrichen, dass ich mich nicht dafür oder dagegen entscheiden musste, ob man sich jetzt draußen trifft oder nicht, weil ich sowieso in Quarantäne war durch meinen Bosnien-Aufenthalt, musste ich noch abwarten, ob meine Tests negativ sind und ich war ja sowieso, also ich war ja sowieso erkältet auf meine Rückfahrt von Bosnien nach Deutschland und dachte ja sowieso, so shit, jetzt habe ich ja Corona und deswegen bin ich da sehr vorsichtig dann gewesen und auch meine Frau war dann mit zu Hause, falls ich Corona hätte und sie würde es dann auch kriegen, dass wir dann gar nicht erst draußen sind und irgendwelche Leute anstecken. Oder draußen warten. Aber, genau, und ich, zum Glück war dann alles negativ und so, aber ich stand quasi nicht vor der Entscheidung zu sagen, ich treffe mich jetzt draußen, weil, ja, ich das nicht hatte, aber du hattest natürlich, du musstest dich entscheiden. Richtig. Weil, das sage ich jetzt mal, weil du halt, ja, zu Hause warst und also wie, wie waren, also wie hast du dich denn dann entschieden? Hast du dich dafür entschieden, da teilzunehmen? Nein. Und wenn ja, warum oder nein? Nein, ich habe mich nicht dafür, also ich habe mich dagegen entschieden, teilzunehmen und ich habe das auch klar meiner Familie, die hier zu Hause war, also ich lebe ja noch bei meinen Eltern mit meiner Schwester zusammen, bei unseren Eltern, wir sind ja Brüder, perfekt. Danke. Ja. Und da, da habe ich dann ganz klar gesagt, dass ich da nicht mit dabei bin, weil ich da nicht so, also ich sehe nicht den, den, den Nutzen beziehungsweise den, den Sinn dahinter, also wie soll ich das formulieren, ich verstehe, also ich verstehe halt nicht, warum jetzt an dieser Stelle eine Ausnahme gemacht werden sollte und bei anderen Treffen nicht, so. Die Sache ist halt, die Sache ist halt die, ähm, es ist halt am Ende auch nicht erlaubt, dass sich viele Haushalte, mehrere Haushalte so miteinander treffen, das heißt ja eine Person aus einem anderen Haushalt und hier wären es halt drei Personen aus einem anderen Haushalt gewesen, ähm, wenn man das so rechnet, wenn ich das verstanden habe, ja, doch, ist so gewesen. Und ja, ich verstehe, also natürlich, es hat, es hat jemand Geburtstag und das ist natürlich ein sehr wichtiger Tag im Jahr, im Leben, wie auch immer. Klar, natürlich, aber trotzdem und auch, auch das Argument mit dem sich draußen treffen, da geht ja alles gut. Und natürlich ist das Risiko, sich draußen zu treffen und sich zu infizieren, niedriger, bestimmt, als drinnen, wo sich alles ansammelt, an Keim, an Luft, die man dann gegenseitig einatmet und ausatmet und solche Sachen bestimmt. Aber trotzdem ist da, ist die, ist das nicht auf Null. Und, äh, gerade nach einer schweren Operation, wie das jetzt unser Vater hatte, ähm, da, der dadurch halt relativ, also sehr anfällig ist für jegliche Infektionen und gerade auch für Erkältungen auch schon, die, die er halt nicht brauchen kann. Also es geht ja nicht nur vordergründig um Corona, sondern vielleicht auch um eine Erkältung. Und deswegen habe ich das nicht verstanden, warum da eine Ausnahme gemacht wird. Und ich habe mich da ganz klar rausgehalten. Ich habe, ähm, ja, ich habe mich einfach rausgehalten. Ich bin auch alt genug, dass ich das selber entscheiden kann am Ende. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das auf die Seite, mit der wir uns treffen wollten, gestoßen ist. Da habe ich keinerlei Informationen. Und ich habe das denen auch nicht direkt mitgeteilt, sondern meiner Familie, also meinem Teil, der hier vor Ort ist, der Familie mitgeteilt. Ja, ich verstehe. Ähm, ja, es war sehr schwierig, aber am Ende, am Ende ist man vielleicht froh drüber. Weil was macht man, wenn was passiert? Aber wie fühlst du dich jetzt? Also wie fühlst du dich jetzt mit dieser Entscheidung, die du da getroffen hast? Weil ich finde das halt, wie gesagt, ich hatte, ich habe es extra so formuliert, ich hatte halt das Glück, nicht diese Entscheidung treffen zu müssen. Ähm, weil ich nicht genau weiß, also zum einen kann man ja sagen, man ist halt Sicherheitsbeauftragter quasi und macht das halt nicht. Ja. Aber wie kommt man dann halt bei den anderen da rüber? Oder man macht es halt, hat aber ein schlechtes Gefühl. Also wie fühlst du dich denn jetzt rückblickend mit der Entscheidung, die du da getroffen hast? Es ist zweiseitig. Einmal fühle ich mich natürlich gut, dass ich die Entscheidung so durchgezogen habe, weil für mein Gefühl wäre ich dort gewesen mit einem schlechten Gefühl, hätte ich nichts davon gehabt von der Veranstaltung, wie auch immer. Weißt du, wie ich das so meine? Und auf der anderen Seite fühle ich mich aber natürlich auch irgendwie schlecht, weil ich bin, es ist nicht das erste Mal, dass ich diese Entscheidung getroffen habe für so ein Treffen. Also es gab schon mal die Diskussion mit, dass wir uns als Geschwister treffen und so und da habe ich mich auch rausgehalten. Ja, deswegen, genau, deswegen fühle ich mich da natürlich auch schlecht und als wieder der Buhmann und werde vielleicht bei dem einen oder anderen auch als zu übervorsichtig abgestempelt. Aber man darf halt nicht vergessen mit dem Hintergrund, dass ich noch zu Hause lebe und hier halt unser Vater sehr anfällig für jegliche Art von Infektionen gerade ist und eventuell wirklich Probleme bekommt, wenn da irgendwas hier reingetragen wird, sehe ich da einfach keinerlei Weg irgendwie zu sagen, wir treffen uns trotzdem und die Zahlen lassen es zu und so. Also ich finde, das ist, die Zahlen sind immer noch da, in Leipzig gehen sie gerade wieder runter, das ist schön, aber auch wir hier in Leipzig haben zum Beispiel in der Uniklinik, haben wir auch Fälle von der britischen Mutation und auch von der südamerikanischen oder was, die südamerikanische? Nee, es war die afrikanische. Egal, auf jeden Fall, diese beiden Mutationen, die sind halt auch schon in Leipzig so, jetzt noch nicht so verbreitet, aber gerade durch diese Mutation ist es halt nochmal ein Stück gefährlicher und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, dass dieser Lockdown weiterhin anhält und man jetzt nicht sagt, okay, wir können wieder lockern, weil die Zahlen runtergehen, weil ich finde, es ist immer noch ein Restrisiko da. Wir haben das an dem Artikel gesehen, jetzt zum Beispiel von der Zeit, wie schnell sowas gehen kann und gerade wenn man auch Leute hat, die halt eben dann Angst davor haben, das eben nicht zu sagen, dass man sich zum Beispiel möglicherweise infiziert hat oder man möchte das Treffen jetzt nicht absagen, weil es ist der wichtigste Tag jetzt für diese Person zum Geburtstag zum Beispiel, aber man fühlt sich nicht so gut, aber man möchte jetzt da hingehen, weil man möchte ja auch den Tag nicht versauen. Ich finde, das ist jetzt in dieser Zeit irgendwie nicht der richtige Weg. Ich finde, man sollte am Ende sagen, okay, nee, ist nicht, ist einfach nicht, einfach aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, es ist jeder am Ende dankbar, wenn man eben nicht das Virus hatte. Also ich brauche es nicht, ich glaube, es würde nichts Schlimmes passieren, aber ich weiß nicht, was halt an Langzeitgeschichten kommt, ob ich dann vielleicht längere Zeit mit einer Lungeneinschränkung, es greift ja auch die inneren Organe an, wie es mit dem Groß, mit dem Geschmackssinn, es greift auch so ein bisschen den Verdauungstrakt mit an, das Herz kann es mit, also es kann, deswegen dadurch, dass es so tückisch ist, ich brauche es nicht und ich möchte es auch auf gar keinen Fall, wenn ich es habe, weiter verbreiten und ja, deswegen so. Aber, 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 aber zusammenfassend nochmal, du findest die Entscheidung richtig und würdest du die nochmal so treffen? Auf jeden Fall, ja, nach wie vor. Solange dieses, solange das so existiert, wie es hier existiert, würde ich das nach wie vor so treffen. Und na klar, also ich will das eigentlich nochmal unterstreichen, du hast es zwar gesagt, aber man kann darüber streiten, was für Regeln es gibt, aber zu dem Zeitpunkt, oder jetzt aktuell immer noch, gibt es halt einfach mal diese Regeln mit den Haushalten. Und klar, ich meine, dass es jetzt eine Ausgangssperre nachts gibt, leuchtet mir tatsächlich auch nicht wirklich ein, aber man kann sich doch einfach dran halten, genauso wie man sich versucht, Kindern gegenüber dran zu halten, wenn man an einer roten Ampel steht, nicht über die rote Ampel zu gehen, einfach aus Vorbildfunktion dem Kind gegenüber. Das macht man ja genauso. Klar kann ich bei rot über die Ampel gehen und wenn da halt ein Polizist steht, mein Gott, dann ist es halt doof gelaufen. Aber wie oft ich in meinem Leben schon über eine rote Ampel gegangen bin, aber ich hab mir häufig, wenn ein Kind irgendwo in der Nähe stand, gedacht, äh, jetzt machst du es mal lieber nicht. Und, äh, so ähnlich kann man sich doch auch mit den Regeln verhalten, die es jetzt gibt. Man kann natürlich sagen, ich, äh, ja, geb da gar nichts drauf auf die Regeln und umgehe die, aber man muss es doch nicht machen, oder? Ja, weil am Ende geht es halt eben auch nicht nur um einen selber. Wenn man selber mit der, mit der Einstellung umgeht, wenn ich es bekomme, dann ist es halt so, dann hab ich es gehabt und dann, ja, ist das bei mir bestimmt ein normaler Verlauf. Sondern es geht genau um die anderen, mit denen du Kontakt hattest, mit denen du, die du möglicherweise infizierst und dadurch eventuell, wenn es einen schweren Verlauf in deinem Umkreis gibt, weiterhin das Gesundheitssystem belastet und gerade die, die Intensivstation belastet und die Pflegekräfte und das Gesundheitsamt. Also es ist alles, ja. Und du weißt halt nicht, klar, du sagst jetzt wieder das eigene Umfeld, klar, wenn das einen schweren Verlauf hat und so, aber du weißt ja trotzdem nicht, wo dein Umfeld sich wieder hinbewegt. Genau. Und wen es dann da als Unschuldigen vielleicht trifft, der sich genau wie manche das wirklich machen, äh, seit, äh, über einem Jahr gefühlt einsperren, um, äh, nicht dieses Virus zu kriegen und dann durch einen doofen Zufall, äh, das Ding kriegen und weil sie Risikopatient sind, daran halt versterben. Also ich, wenn es so ein Virus wäre, äh, wie du sagtest, man kriegt es selber und dann ist man halt nicht ansteckend, sondern entweder man stirbt dran oder nicht, dann ist es halt das eigene Problem, sag ich jetzt mal, äh, das ist, äh, doof, aber wenn man halt. Aber hier geht es jetzt darum, gesellschaftlich zu denken und weiterzudenken, großzudenken. Richtig, genau. Ja, ja, okay, da sind wir auf einem, äh, gleichen Nenner. Okay, jetzt, also tatsächlich, ich hätte jetzt, ich weiß nicht genau, wie ich, äh, reagiert hätte, wenn ich nicht, äh, also wenn ich die Wahl habe, haben hätte, müssen, sollen. Du weißt, was ich meine? Ja. Wenn ich mich entscheiden haben hätte, müssen. Ähm, aber jetzt nach dem Gespräch auf jeden Fall hätte ich, äh, ganz klar Nein gesagt. Ähm, einfach, weil es halt, wie du schon sagtest, es geht halt gesellschaftlich weiter. Ja, und es geht nicht darum, den anderen irgendwie auf die Füße zu treten, weil man sich jetzt nicht mit denen treffen will oder sowas, sondern, also wir haben halt aktuell eine Situation mit dieser Pandemie, die halt wirklich sehr, sehr schwierig ist und sehr dynamisch ist, wie es auch immer Jens Spahn zum Beispiel formuliert. Und deswegen gilt es halt darum, dass jeder auf sich schaut und auf seine Sachen schaut. Ja. Und für sich schaut, dass er eben, ja, jetzt nicht großartig negativ am Ende auffällt und der Gesellschaft vielleicht dadurch was Schlechtes tut, weil er einen Platz auf der Intensivstation einnimmt, der unnötig ist, weil man es hätte vermeiden können oder solche Sachen, jetzt im schlimmsten Fall gedacht. Aber wirst du dich denn jetzt, äh, also du hast es ja schon angesprochen, du wirst ja jetzt als übervorsichtig, äh, giltst du ja und wirst bezeichnet, wirst du, wirst du dein, ähm, Verhalten an manchen Punkten da jetzt ändern, damit du halt, also, weil du riskierst ja auch bei, keine Ahnung, äh, Freunden, Familie, wie auch immer, dass du halt quasi immer der Einsieder bist, der zu allem Nein sagt. Und der dann halt auch quasi, ja, einfach im Zweifel dann, wenn die Pandemie vorbei ist, halt auch nicht mehr gefragt wird, ob man sich jetzt trifft oder so. Weißt du, was ich meine? Also, wirst du dein Verhalten dahingehend, äh, also manchmal sagen ja, um halt quasi weiterhin, äh, also, um halt nicht der Einsiedler zu sein, der Buhmann, der halt übervorsichtig ist, also, oder wie wirst du dich da? Nee, werde ich nach wie vor nicht, glaube ich. Also, es kommt ganz auf die Situation an, wenn ich das, wenn ich mich dabei nicht gut fühle, dann werde ich das nach wie vor verneinen, weil ich glaube, gerade, wenn man dann rückblickend da drauf schaut, haben bestimmt einige, die jetzt vielleicht mich als diese Person abstempeln würden, vielleicht auch nicht, ist ja auch egal, würden bestimmt im Nachhinein auch irgendwo Verständnis haben, dass das damals so gelaufen ist oder nicht. Also, da habe ich schon den Glauben daran, dass der eine oder andere dann so, so intelligent ist, um zu sagen, ist schon, ist schon eigentlich in Ordnung, was damals gewesen ist oder sowas, weil halt niemand wusste, was abgeht und wie und, ja. Ja. Genau. Da ist ja der große Nachteil, wir sehen das Virus ja nicht. Ja. Wenn es vor uns stehen würde, wäre es einfacher. Und das Virus bewegt sich ja auch nicht selbstständig, sondern nur durch uns weiter. Also, es ist halt, es liegt am Ende an uns. Ja, genau. Und, ähm, ich denke das auch, es war auf jeden Fall ein interessanter Talk zu dem Thema. Jetzt haben wir ganz schön lange darüber gesprochen, aber wir können natürlich nur nochmal diesen Artikel von der Zeit, ich kann den nicht empfehlen. Ja. Äh, wir haben uns auch extra jetzt als, äh, als Podcast quasi ein Zeitabo geholt, um den lesen zu können. Richtig. Äh, kann man kostenlos, äh, testen für vier Wochen und, äh, dann ist, kann man es auch wieder kündigen. Muss man rechtzeitig kündigen, sonst wird Geld abgebucht, aber, ja. Richtig, genau. Aber es ist halt wirklich, also es war sehr interessant von diesen Betroffenen zu hören und wie die damit umgehen. Aber, ähm, wir kommen von dem einen zum anderen und ich würde sagen, wir kommen einfach zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, unsere Bro Shorts, wir haben es versprochen, ähm, und wir bleiben natürlich dran, solange der Lockdown ist, auf jeden Fall noch. Wir wollen jede Woche eine Empfehlung, die wir in den Mediatheken oder Netflix-Accounts dieser Welt aufgespürt haben, äh, gerne mit euch teilen. Und vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, euch den Lockdown ein bisschen zu versüßen. Ähm, Friedrich, fang doch einfach mal an mit deiner, mit meiner Empfehlung. Ja, meine Empfehlung der Woche, äh, ist ein freizugänglicher YouTube-Kanal, äh, namens PressTube. Also, geschrieben wie, also, ja, ist, ist egal, wie man es schreibt. Ihr findet das natürlich in unserer, in unseren Shownotes verlinkt. Das ist ein belgischer YouTuber, der angefangen hat mit einer großen, ja, mit einer großen Presse und da immer verschiedene Gegenstände mit mehreren Tonnen quasi zerpresst hat. Ähm, und inzwischen soweit ist, dass er ein, dass er Metall schmelzt und eigene Modelle 3D druckt, dadurch Formen kreiert und dann typische Sachen wie zum Beispiel ein bestimmtes Schwert draus macht. Eine bestimmte Münze und sehr viel DIY, Self-Crafting-Geschichten, also so selbstgebaute Geschichten, äh, macht. Ähm, er ist auch dafür bekannt, dass er, ähm, mit Patronen, aus Patronenhülsen, die halt einschmelzt und daraus irgendwas, irgendwas Schönes macht. Irgendwas, er hat auch zum Beispiel mal einen Pokal gemacht oder so, dann halt gießt. Ähm, und das ist sehr interessant. Er hat inzwischen auch so eine, so eine Schreddermaschine, so eine richtig große, die alles irgendwie zerhaut. Also, und das ist, das klingt vielleicht komisch, aber schaltet da gerne mal rein. Es ist sehr, sehr interessant. Ist natürlich auf Englisch, aber es macht irgendwie, es ist auch entspannt einfach mal zuzugucken, wie der da irgendwas durch seine Schreddermaschine kloppt. Oder wie der, wie der mal irgendwie es irgendwas aus Aluminium gießt oder solche Geschichten. Also es macht, es ist sehr schön irgendwie anzuschauen. Ich dachte, es geht um Presse, wegen Press und Tube. Nee, nee, um die Presse an sich nicht. Ähm, aber er hat, also um die Presse jetzt hier, Nachrichtenpresse nicht, aber er hatte mal eine Presse. Ähm, und deswegen hieß er, heißt er nach wie vor Press Tube. Ah, okay, verstehe. Sehr zu empfehlen, macht irgendwie Spaß. Kenne ich tatsächlich noch nicht, werde ich mir, äh, dann auch mal anschauen müssen, nach deiner Empfehlung natürlich. Okay. Ähm, was ich habe, ich habe eigentlich, was habe ich denn? Ach nee, ich habe eine Sache, die andere mache ich vielleicht nächste Woche. Und zwar, äh, gibt es eine Dokumentation von Phönix, äh, auf der ARD. Man möchte es nicht glauben, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie aufmerksam eine Dokumentation von Phönix geschaut. Aber die, äh, kann man sich tatsächlich angucken, wenn man sich dafür interessiert. Die heißt die Bundestagsshow, was die Körpersprache von Politikern verrät. Und da sind also zwei, ähm, Experten, obwohl eher drei, die immer mal zu Wort kommen und einzelne Reden von zum Beispiel Jens Spahn oder Andrea Nahles oder Christian Lindner so ein bisschen unter die Lupe nehmen und dann auch relativ modern quasi im Bild dann auch zurückspulen. An so einem Pult stehen die dann und sagen dann hier, schaut mal hier auf die Augen, der reißt die weit auf. Das heißt, dieses Wort Heimat ist ihm sehr wichtig jetzt rüberzubringen. Oder, äh, Philipp Amthor zum Beispiel bei seiner Rede nimmt halt die Papierblätter und will die so auf das Pult werfen, aber er lässt sie im letzten Moment nur so leicht runtergleiten. Ähm, da fehlt, also da, er will aggressiv wirken, aber macht's nicht ganz und so. Also es ist, äh, so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen, was will der Politiker damit sagen oder was soll in den großen Reden dabei rüberkommen? Und wie kommunizieren eigentlich Politiker mit uns? Und dahingehend, das ist eigentlich echt spannend. Es geht 45 Minuten. Klar, es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen langatmig wirkt. Ähm, aber wenn man sich für das Thema interessiert, Politik und auch, ähm, ja, wie das halt auf uns wirkt oder was ein Politiker wie, mit welchem Kommunikationstraining halt auch irgendwie macht. Also ich find's relativ spannend und würde mir tatsächlich mehr von dieser Sorte wünschen. Ähm, und deswegen kann ich das nur empfehlen, wie gesagt, auf der ARD-Mediathek, ähm, zu schauen, äh, die Bundestagsshow, was die Körpersprache von Politikern verrät. Ähm, ähm, eine Phönix-Dokumentation. Äh, ja, äh, kann ich nur. Wärmstens empfehlen. Dann waren das auch schon unsere dieswöchigen... Bro-Shorts. Ja, also das werde ich mir auf jeden Fall, äh, anschauen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Nach wie vor natürlich alle Sachen in unseren Shownotes, also in unserer Beschreibung verlinkt. Ansonsten könnt ihr das ja auch selber googeln. Ähm, kommen wir zu einem, ja, weiteren Thema, was jetzt den Podcast so direkt betrifft. Und zwar findet auch dieses Jahr wieder der Deutsche Podcastpreis statt. Der ist letztes Jahr das erste Mal frisch angelaufen. Da hatten wir uns auch beworben in vielen Kategorien, ähm, und auch am Ende natürlich im Publikumsvoting. Äh, es haben am Ende nur die Größeren gewonnen. Also nicht alle, es gab auch ein paar kleinere, die quasi dadurch dann ein bisschen groß wurden. Ähm, da hatten wir auch die ein oder andere Kritik an dem Podcastpreis geäußert. Aber dieses Jahr findet er quasi wieder statt. Und, ähm, ja, wir überlegen, ob wir das Ganze nochmal als Chance nutzen, um uns da zu bewerben. Auch ins Publikumsvoting ist man automatisch drin, wenn man sich bewirbt. Das heißt, das Publikum kann ganz oft abstimmen, ähm, und damit halt den einen oder anderen Podcast nach oben pushen. Ja. Und damals wäre halt interessant gewesen, nur nochmal um diese Kritik zu nennen, wie viele Leute am Ende für uns abgestimmt haben. Das wäre halt, also wir haben keinerlei Referenz gesehen, Zahlen, irgendwas, sondern man hat halt einfach... Generell für andere Podcasts, also nicht nur für uns, sondern wie ist, wie ist so das Voting? Genau, wie ist allgemein das Voting? Wie knapp war es auch für andere, die, für die man selber vielleicht abgestimmt hat? Also es gab halt keinerlei Möglichkeit, da irgendwie was zu sehen, was ein bisschen schade war. Vielleicht ist es dieses Jahr anders. Ansonsten müssen wir da wohl mal, ähm, nochmal anfragen, wie das da aussieht bei denen. Ob die die Zahlen gar nicht haben oder ob am Ende sowieso die Jury entscheidet, das wäre mal interessant. Ja, aber wir wollen halt eventuell uns da wieder bewerben, ähm, weil es gibt auch eine neue Kategorie. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie formuliert ist, aber auf jeden Fall beinhaltet das Ganze, dass man unabhängig ist, also dass man kein Podcast einer Firma ist und dergleichen. Und das sind wir ja nicht. Also, nee, doch, das sind wir ja. So rum. Ähm, genau. Deswegen ist so ein bisschen die Überlegung, ob wir das machen. Machen wir das denn, Johann? Ja, aber, ja, genau, wollte ich dich gerade fragen. Also, du hast mir das ja, äh, geschickt, währenddem ich noch in Bosnien war. Ja. Und ich war mir tatsächlich da, äh, also ich hatte da jetzt noch nicht so richtig die Zeit, mich dazu, damit zu beschäftigen. Ja, bester Independent Podcast heißt das. Also, der beste unabhängige Podcast. Ah ja, genau, ja. Hast du, aber hast du denn darauf Bock? Weil, ich meine, letztes Jahr haben wir es ja sehr kritisiert dafür, dass halt nur die großen Namen, die sowieso jeder kannte, gemischtes Hack, äh, bla, bla, bla. Fest und flauschig, et cetera. Ja, genau, dass die quasi gewonnen haben, weil ja auch der Podcast von den entsprechenden Produktionsfirmen halt natürlich ausgerichtet wird. Also, von Axel Springer, von, äh, ja, von Spotify selber. Bayerischen Rundfunk, Audible, Radio.de und was weiß ich, wie sie alle heißen. Äh, na, willst du denn da mitmachen? Ich denke ... Also, das letzte Mal hatten wir uns ja in mehreren Kategorien beworben. Also, ich würde eher sagen, wenn wir mitmachen, dann nur in einer oder so. Ja, wir können auf jeden Fall, ähm, also ich finde, man kann das auf jeden Fall nutzen. Es kostet ja nichts. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit, weil man muss halt einen maximal fünfminütigen Soundclip da hochladen, um sich da vorzustellen und solche Geschichten. Ähm, ich denke, wir können das auf jeden Fall machen. Wir müssen es jetzt nicht in jede Kategorie bewerben, wo wir irgendwie so halb reinpassen. Ähm, aber wir können auf jeden Fall gucken, was sehr gut auf unsere Art von Podcast vielleicht passt, wie zum Beispiel dieses Independent, also unabhängiger Podcast. Das sind wir ja, ähm, also sind wir ja auf jeden Fall. Ähm, und dadurch, dass wir automatisch ins Publikumsvoting, ins Publikumsvoting kommen, ähm, ja. Also, ich denke, wir könnten es auf jeden Fall machen. Äh, ich ... Aber ich würde nicht nochmal den Aufriss betreiben, den wir letztes Jahr betrieben haben, weil das war tatsächlich nicht ... Das war es nicht irgendwie wert. Also, wir haben, man muss dazu sagen, wir haben danach auf Twitter halt gelesen, die Leute, die in der Jury sind, sind selber auch Podcaster teilweise. Ähm, und da haben, hat auch der eine oder andere geschrieben, dass, also, die müssen dann diese Clips durchhören und dann entscheiden, am Ende, wer ja in der Kategorie die Stimme von der Person bekommt, so. Und da haben wir halt auch Sachen gelesen, dass halt sich nur die ersten paar Sekunden angehört werden. Und wenn man dann schon feststellt, okay, gefällt mir nicht oder weil die Qualität nicht stimmt oder sowas, dann wird gleich das nächste gehört. Weil man halt 100.000 durchhören muss. Na gut, 100.000 vielleicht nicht, aber mehrere Tausend. So, und das war halt so ein bisschen okay. Also, am Ende wird sich das gar nicht so richtig von jedem angehört. Und erst so in den ersten paar Sekunden entschieden, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja, das ist halt, war halt ein bisschen schwierig. Deswegen würden wir wahrscheinlich, also wir haben uns in vielen Kategorien letztes Jahr beworben. Das würden wir in diesem Jahr wahrscheinlich nicht machen, sondern eher in den wirklichen Kategorien, die eins zu eins auf uns zutreffen. Ähm, ja. Aber ich denke, wir könnten das auf jeden Fall machen. Ja. Äh, hatten wir eigentlich letztes Jahr darüber gesprochen? Ach so. Aber warte mal, die Kategorie ist neu mit dem Independent Podcast, oder? Ja. Naja, vielleicht ist es ja tatsächlich die Kritik, die sich so ein bisschen dann geäußert hatte, auch auf Twitter von anderen kleineren Podcasts, die auch dasselbe Empfinden hatten wie wir und gesagt haben, äh, es ist schade, dass halt die Plattform nicht dazu genutzt wird oder dieser Preis, um quasi kleinere Formate irgendwie groß zu machen oder halt einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Weil, sind wir mal ehrlich, es gibt Milliarden Podcasts gefühlt jetzt inzwischen. Ja. Und, äh, ja, es ist halt irgendwie schwierig, ähm, einen Podcast irgendwie an sich da zu finden. Richtig. Und vor allem eben, um halt auch von diesem, von diesen großen Podcasts vielleicht wegzukommen, die halt jeder hört irgendwie, um halt andere neue Podcasts zu hören, die vielleicht qualitativ auf dem gleichen Level sind, vielleicht sogar besser sind und so. Es geht jetzt nicht darum, dass wir enttäuscht sind, dass wir verloren haben oder dass wir nichts gewonnen haben, sondern wir haben einfach festgestellt, dass da halt die Großen hauptsächlich ausgezeichnet wurden, die sowieso schon groß sind und am Ende halt nur noch mal sich auf die Fahne schreiben können, dass sie halt eben den Podcastpreis gewonnen haben. So gut wie sie sein mögen, keine Frage. Fest und flauschig, gemischtes Hack, das ist ein guter Podcast. Aber man könnte ja das Ganze nutzen, um mal wirklich kleinere Formate, kleinere Podcasts größer zu machen für mehr Zuhörer, was ja eigentlich so einen Preis bringen soll. Man will ja die Qualität und den Podcast in den Vordergrund stellen. Und was bringt es einem riesen, riesigen Podcast, noch mal eine Auszeichnung zu bekommen, wo dann alle sagen, schön, das bestätigt mich jetzt nur, weil mir gefällt dieser Podcast, den ich höre. Und jetzt wurde er sogar mit einem Preis ausgezeichnet. Das bringt ja am Ende nicht die mehr Zuhörer. Ja, vielleicht. Ja, ja, klar. Und es hat halt tatsächlich so einen Anschein gehabt, zumindest zu der Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber dass es halt irgendwie so, keine Ahnung, 20 große Podcasts gibt. Und dass man halt, dass halt jeder kennt fest und flauschig und jeder kennt gemischtes Hack. Und es hat so ein bisschen den Anschein, wie, also wenn man sich mit anderen Leuten über Podcasts unterhält, geht es halt immer nur um die zwei Podcasts. So ein bisschen wie, wenn man sich früher, als es noch irgendwie möglich war, in der Kneipe in Tatort zu gucken, zusammen, hat sich halt jeder am Montag in der Firma oder wie auch immer über einen Tatort unterhalten, der am Sonntag kam. So ein bisschen klang das halt irgendwie, als würde es nur irgendwie einen Film geben, den Tatort nämlich, der berechtigt ist, in Deutschland geguckt zu werden von vielen Leuten. Weißt du, was ich meine? Nee, nee, klar. Ja, können wir machen, aber da würde ich tatsächlich die Verantwortung mehr in deine Hände legen, weil ich nicht mehr so Bock habe, da so übelst den Trouble zu machen, wie beim letzten Mal. Das war echt aufwendig, was wir da alles aufgenommen haben, extra für die. Das stimmt. Und dann hat es die, haben sie eventuell das gar nicht gehört, sondern einfach nach zwei Sekunden übersprungen. Ja. Ja, aber klar, lass machen. Wir können dem Ganzen noch eine Chance geben. Und wenn es diesmal wieder schwierig verläuft, sage ich jetzt mal, und wir merken, dass es keinen kleineren Podcast gibt, der irgendwie da hochkommt. Oder dass halt keine Transparenz herrscht. Das war halt so das Wichtigste. Also nochmal, wir sind nicht jetzt so übelst getriggert, weil wir nicht gewonnen haben oder sowas, sondern es geht halt um diese Transparenz. Das fehlt halt irgendwie so ein bisschen. Ja. Naja, aber dann schauen wir uns das einfach nochmal an. Und gucken einfach mal, wie es dieses Mal gevotet wird. Und ja, schauen da positiv in die Zukunft. Apropos positiv. Wir haben am Anfang der Folge gesagt, dass wir eine neue Rubrik haben. Richtig. Und diese Rubrik möchten wir tatsächlich zu unserem Zweijährigen auch wegen der aktuellen Situation gerne einführen. Und deswegen würde ich bitten, Friedrich, drück auf die Tasse. Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. Kandidatur angekündigt. Tarek Elaus, 31 Jahre, will für die Grünen kandidieren in Oberhausen. Bisher nichts Ungewöhnliches. Allerdings kommt Tarek aus Syrien, ist erst seit fünf Jahren in Deutschland, ist also mit der Flüchtlingswelle hierher gekommen und will sich fortan für die Menschenrechte einsetzen und den Blick von Flüchtlingen in den Bundestag bringen. Also tatsächlich eine sehr gute News. Foodwatch verklagt Ernährungsministerin Julia Klöckner. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat die Ernährungsministerin Klöckner vor dem Verwaltungsgericht in Köln verklagt. Foodwatch wollte Informationen über die Lobbytermine der Landwirtschaftsministerin. Aufgrund ihrer Lobbyarbeit riet die Ministerin schon häufig in negative Kritik. Nun möchte Foodwatch durch die Klage die geforderte Einsicht in diese Lobbyarbeit erreichen, welche das Bundesministerium zuvor auf Anfrage von Foodwatch abgelehnt hatte. Die Begründung damals Sicherheitsbedenken. Ja, das war unsere neue Rubrik. Wir können ja nochmal ganz kurz dazu was sagen. Also wie der Titel schon sagte, geht es um gute Nachrichten im Dickicht der schlechten Nachrichten. Und ich finde tatsächlich, meine Nachricht, die ich rausgesucht habe oder beziehungsweise tatsächlich habe ich sie nicht rausgesucht, sie ist der Grund, weshalb dieses Format jetzt auch entstanden ist. Sie ist mir über den Weg gelaufen und ich fand das halt sehr interessant. Ich habe auf Twitter sein Bewerbungsvideo gesehen von Tarek und fand es spannend tatsächlich. Einfach auch, weil wir hatten da schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, der Bundestag soll ja auch so ein bisschen unsere Gesellschaft abbilden. Und ja, es sind halt Flüchtlinge, die 2015 zu uns gekommen sind oder immer noch zu uns kommen, halt ein großer Teil der Gesellschaft. Und es gibt immer noch viele Leute, die quasi immer noch wie 2015 in Sammelunterkünften untergebracht sind und was halt eigentlich einfach schade ist. Also um die Leute, also man wirft ja dann meistens von konservativer Seite, sage ich jetzt mal vor, dass die Leute sich integrieren sollen. Aber um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich integrieren zu können, muss man ihnen auch die Möglichkeit geben, sich selbst entfalten zu können und nicht halt quasi in so einer Sammelunterkunft untergebracht zu sein. Und das geht am besten, finde ich, mit einer eigenen Wohnung und halt mit einem Umfeld, wo man halt, ja, wie gesagt, halt zum Integrieren gezwungen ist. Und deswegen finde ich die Perspektive und die Bewerbung von Tarek eigentlich echt gut. Mal sehen, ob das klappt. Bin ich echt gespannt. Weil er muss ja natürlich sich erst mal auf die Liste bei den Grünen setzen lassen und muss da erst mal auf einen aussichtsreichen Listenplatz gesetzt werden. Aber wenn das funktioniert, wäre natürlich stark. Sehr schön. Meine News ist halt damit verbunden. Wir hatten schon mal Julia Klöckner hier ein bisschen kritisiert aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit Nestlé. Und sie ist immer noch höchst kritikwürdig, finde ich. Auf jeden Fall. Der Ministerin, die, also Wahnsinn, sorry. Genau. Und damit hast du es ja schon angesprochen. Es ist halt genau der Punkt. Sie ist halt wahnsinnig kritikwürdig. Und deswegen ist es halt eine gute Nachricht, unserer Meinung nach, beziehungsweise meiner Meinung nach, dass Foodwatch jetzt den Weg nimmt und sie halt verklagt, um halt irgendwie Einsicht in diese Lobbyarbeiten zu bekommen, die sie da betreibt. Weil das ist halt nicht cool, was da im Hintergrund passiert. Sie ist natürlich am Ende nicht die einzige Politikerin. Oder überhaupt in diesem politischen Spektrum findet das ja tagtäglich statt. Irgendwelche Lobbyarbeiten. Aber gerade als Ernährungsministerin ist das halt ein bisschen, ja, sehr, sehr verwerflich, was da manchmal passiert. Ja. Okay. Ich finde es auch spannend. Und wir werden das weiter verfolgen. Leider reicht uns nicht mehr die Zeit. Wir haben zu viel über zu viele Themen gesprochen. Aber es war trotzdem eine schöne Folge. Auf jeden Fall. Sie ist zum Zweijährigen entstanden. Und sie ist doppelt so lang als sonst quasi. Und ja, wir gucken einfach, was nächste Woche uns wieder über den Weg läuft. Und freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt uns weiterhin treu. Und wir sagen, hören uns einfach wieder. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.